Prinz William hat es nun bekannt gegeben. Hier seht ihr einen kleinen Schlingel. Das ist zumindest das, was Prinz William CNN über seinen neugeborenen Sohn George sagte. Es ist lustig, dass Prinz William CNN sagte, dass George ihn an seinen Bruder Prinz Harry erinnert, als er jünger war. Aber falls er wirklich in die Fußstapfen seines Onkels tritt, dann wird das eine spannende Monarchie. William und Kate lächeln immer vor den Kameras, viele andere Promis scheuen sichere Babys in der Öffentlichkeit zu zeigen. Es wurde bestätigt, dass das Paar so glücklich war, so dass sie es nicht erwarten konnten. William sagte CNN weiterhin, dass sie so glücklich waren, dass sie ihn unbedingt zeigen wollten, ganz egal wer ihn sehen wollte und wer nicht. Und es schien so, als ob die ganze Welt das Baby anschauen wollte. Prinz William war so glücklich und er sagte, dass es das Beste in seinem Leben war. Vielleicht ist er ein kleiner Schlingel, aber er macht viele glücklich. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk throughoutwirtschaft im Auftrag vom Funk